Dann wollen wir uns nochmal mit ein paar Dingen beschäftigen, okay? Das wird wirklich meines Wissensstands das erste Mal sein, dass ich von mir aus zu Shoyoka etwas sage. Also, versteht mich nicht falsch, ich habe schon oft über Shoyoka etwas gesagt, aber es war immer eigentlich auf eine Reaktion zu einem Video. Ich habe noch nie so wie jetzt von alleine etwas über Shoyoka gesagt. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Und bevor wir da jetzt reinsteppen, ich verbiete mir disrespektvolle Nachrichtenbeleidigungen von euch im Chat. Und ich verbiete mir und weise auch nochmal darauf hin, wenn ihr mit Shoyoka nicht eine Meinung habt, so wie mit einigen Dingen auch vielleicht von mir, dann könnt ihr natürlich, und das ist euch frei überlassen, auch einer Shoyoka eine Nachricht schreiben oder auch mir eine Nachricht. Diese Nachricht sollte aber weder Beleidigungen oder andere Dinge beinhalten, sondern lediglich sachliche Kritik sein oder ein sachlicher Meinungsaustausch. Alles andere, was von dem abweicht, distanziere ich mich natürlich von und verbiete ich mir auch. Das ganze Thema hat eigentlich wieder angefangen und da werde ich direkt mal reingrätschen, weil das ist auch ein Grund, warum ich überhaupt da jetzt so im Stream drüber rede. Und zwar, das alles interessiert mich jetzt hier gerade nicht. Sie hat einen Tweet-Marathon gemacht, das ist ja auch ihr gutes Recht. Okay, die hat echt viel getweetet innerhalb der letzten Tage. Bevor ich euch den Clip hier zeige, zeige ich euch nochmal ganz kurz diesen Ausschnitt hier. Ich bin vor zwei Tagen bei Shoyoka in den Stream reingegangen, okay. Ich bin bei Shoyoka zu dem Zeitpunkt noch nicht gesperrt gewesen. Und hab ihr reingeschrieben, moin, wie geht's, wie steht's? Ohne Emote, ohne Sarkasmus oder sonstiges. Das wurde ignoriert. Dann hat sie über mich geredet. Also ignoriert meine ich mit, sie hat es ignoriert im Sinne von, sie hat nicht drauf geantwortet. Hat sich dann aber darüber aufgeregt, dass ich jetzt gerade wieder bei ihrem Stream bin. Und wie könnte ich nur bla bla bla. Hat sich darüber aufgeregt, dass ich in meinem Stream gesagt hab, dass sie sich auf Knien vor mir entschuldigen soll. Was offensichtlich ein Joke war. Also den Joke muss sie natürlich nicht feiern, denn Humor ist ja unterschiedlich. Aber das war ganz offensichtlich ja ein Joke. Also der Joke fing damit an, dass ich gesagt hab, Shoyoka, du kannst dich bei mir entschuldigen, wenn du im Stream zu mir sagst, Monte Abi, es tut mir leid. Also spätestens da sollte man ja eigentlich schon realisieren, dass das eher ein Spaß war. Es war offensichtlich ein Joke. Aber gut, vielleicht ist der Joke nicht angekommen, dann tut's mir leid. Ich fand ihn trotzdem lustig. Für mich persönlich ist es halt immer ein Humor gewesen. Und über Humor lässt sich ja bekanntlich streiten. Dann hat sie sich darüber aufgeregt. Dann hat sie sich darüber aufgeregt im Stream. Und dann hab ich geschrieben, dann lass uns doch mal privat reden und uns die Hände reichen. Ohne Emote, ohne irgendwas, ohne Ironie. Erwachsen, würde ich sagen. Dann hat sie wieder darüber geredet. Oh, wie könnt ihr und sein Monaten hier. Das mag alles sein. Also ich kann ihr nur vor den Kopf schauen, nicht in den Kopf. Und dann hat sie aber aus meiner Wahrnehmung wieder die Opferrolle gewählt. Und ist auch gar nicht darauf eingegangen, dass man sich mal trifft und sich die Hände reicht. Da hab ich halt ein paar Sachen noch geschrieben. Opferrolle ist die beste Rolle, die du spielen kannst. Bla, bla, bla. Spielt alles keine Rolle mehr für den Kontext her. Am Ende wurde ich halt in einer Konversation von ihrem Mod gebannt. Und ihr O-Ton war dann, ähm, äh, im Übrigen, äh, ich lade dich auch auf kein Event von mir ein. Wo ich mir dann denke, Bro, bin ich hier gerade im Kindergarten gelandet, Alter? Also, also auch da, liebe Shuyoka, wenn du nicht wirklich realisierst, dass es offensichtlich ein Spaß ist und dass ich einen Teufel tun werde, weder dich noch Freiraum, Reh, zu einem Event von mir einzuladen. Gut, vielleicht ist unser Humor unterschiedlich und das ist auch okay. Naja, ich wurde dann, äh, bei ihr im Stream gebannt. Ist ja ihr gutes Recht, können sie ja machen. Wie ihr seht, ich hab respektvoll geschrieben, beziehungsweise hab eine Diskussion geführt, eine Konversation geführt, die dann mit einem, äh, Sperma-Bann belohnt worden ist. Ist kein Problem, dann ist das halt so. Ich hab, wie gesagt, auch hier versucht, einfach mal auch nochmal das private Gespräch zu suchen. Dass Shuyoka und ich keine beste Freunde werden, das ist klar wie Klosbrühe. Aber irgendwo muss das doch mal aufhören. Also, man sieht ja auch einer Shuyoka an, dass es ihr nicht so gut geht. Und ich hab sogar Mitleid mit dieser Person, obwohl sie aus meiner Wahrnehmung so viele komische Sachen im Internet gesagt hat und so viele L-Takes gebracht hat. Und das Ding um sie als Person wurde ja nicht immer weiter angefacht, weil neue Dinge aufgedeckt worden sind, sondern dann die Sachen, die Unruhen um sie als Person sind ja immer wieder entstanden, weil sie immer wieder, zumindestens für die meisten von uns, komische Sachen im Internet gesagt hat. Und das Ganze ist dann geendet mit, dass sie, achso, ich muss hier nochmal als Kontext. Dann hab ich geschrieben, kannst mich ja auch hier bannen wie auf Twitch, wenn du damit ein Problem hast. Da ging es darum, dass sie dann gesagt hat, sie hätte, also dass es sie stört, dass ich bei ihr gerade den Chat reinschreibe, so mäßig. Hier war dann halt Autokorritur, beziehungsweise ich hab mich vertippt. Ich meinte Twitter, weil ich ja auf Twitter gebannt bin. Also eigentlich sollte es heißen, kannst mich ja auch hier bannen wie auf Twitter, wenn du dann damit ein Problem hast. Dann hat sie da übelst irgendwie eine Show gemacht. Äh, wie kann ich dich denn hier auf Twitch spannen? Du bist hier der Gott und bla und niemand sagt was, weil alle Angst vor dir haben, so mäßig war ihr O-Ton. Ich hätte auch gerne mich sofort korrigiert, aber ich musste 45 Sekunden warten, bis ich eine neue Nachricht in ihren Chat reinposten konnte. Und dann hat sie gesagt, soll ich dir sagen, warum ich dich gebannt habe auf Twitter? Weil ich von dir einen Clip gesehen habe, wie du Frauen belästigt hast, wie du Frauen auf Malta hinterher gegrunzt hast. Deswegen habe ich dich gebannt, weil ich nicht mit dir interagieren wollte. Und das hat für mich keinen Sinn gemacht, weil ja, das, was ich damals gemacht habe, war absoluter Quatsch. Und im Gegensatz zu dir, liebe Shuyoka, ist es erstmal drei Jahre her und seitdem ist es nicht mehr vorgekommen. Das heißt, ich habe einen Fehler gemacht, dafür habe ich gebüßt, im Sinne von, ich habe eine Twitch-Sperre gehabt und ich habe dieses Verhalten nicht nochmal wiederholt. Das heißt, das alles, was ihr immer von den großen Influencern erwartet, die Selbstreflexion, den Fehler einsehen und nicht nochmal machen, das alles habe ich gemacht, was man von dir in einigen Situationen nicht behaupten kann. Und es macht auch gar keinen Sinn, dass du sagst, du hast mich gesperrt, um nicht mit mir zu interagieren. Ich habe diesen Clip nie gepostet. Das heißt, du hast diesen Clip gesehen und das ist auch okay, aber du hast trotzdem in deinem Stream Unwahrheiten gesprochen oder es falsch ausgedrückt. Du hast nicht den Clip gesehen und bist auf mein Profil gegangen, hast mich gesperrt, weil der Clip von mir war. Du hast diesen Clip gesehen und hast dir wahrscheinlich gedacht, dieser widerliche, den banne ich jetzt, aber zu sagen, du hättest mich blockiert, damit du nicht mit mir interagieren musst, macht keinen Sinn, weil die Clips kriegst du trotzdem vorgeschlagen, weil ich habe sie nicht gepostet. Aber das ist auch nur eine Kleinigkeit, ist ja auch vollkommen egal. Dann habe ich ihr halt geschrieben, das löst auch das Problem. Das löst auch das Problem. Der Clip ist ja nicht mal von mir gepostet, macht keinen Sinn, was du sagst. Dann hat sie sich wieder in die Opferrolle gedrängt und dann wurde ich halt gebannt. Und daraufhin hat sie dann einen Tweet gemacht. Warum hast du mich auf Twitter blockiert? Grund 3812. Ihr müsst jetzt wirklich starke Nerven haben, lieber Livestream-Chat. Ihr müsst jetzt wirklich starke Nerven haben, weil das ist so weit weg von der Realität, dass es mir wirklich schon Angst macht. 3, 2, 1. Chuyoka hat nichts in der Kategorie zu suchen. Nichts. Auch rein gar nichts. Und dass sie dort drin ist, zeigt einfach, wie linksversifft auch mittlerweile hier diese ganze Szene ist. Das ist widerlich. Es klingt einfach nur noch ab. Sollte sie sich diesen Preis, hätte sie den gewonnen, hätte sie sich auf die Sternen kleben sollen, damit sie durch die Stadt laufen sollen, hätte ich geklatscht, Digga. Das ist so widerlich. Also halten wir fest. Ich sage da, ich rege mich darüber auf, dass sie den Spielepreis gewonnen hat und sage, dass sie sich das Ding auf die Sternen binden soll, durch die Stadt laufen soll und nicht klatsche. Das ist ihr Grund, warum sie mich auf Twitter blockiert hat. Grundnummer 3812. Um dann nochmal ihre Meinung zu verstärken, schreibt sie da drunter. Oh Gott, sie hat mich jetzt... Nein. Liebe Chuyoka, du hast mich nicht jetzt wirklich auch noch mit Gönner G live gerade gebannt. Och nein, Chuyoka. Mensch, das ist aber so... Ach man, Chuyoka. Das ist wirklich so ein erwachsenes Verhalten von dir. Also für Chuyoka einmal Clap in den Chat, die gerade auch live zuschaut. Das ist wirklich ganz großes Kino von dir. Das ist wirklich, äh, wirklich, Chuyoka, das ist ganz großes Kino. Kannst du natürlich machen. Du kannst mich natürlich live auch sperren. Gar kein Problem, liebe Chuyoka. Och Mann, liebe Chuyoka, da habe ich ja schon wieder all deine Sachen, die du gepostet hast. Nice try, muss ich an der Stelle sagen. Aber es ist ja nicht so, als wenn ich mir das nicht schon alles gespeichert hätte. Also sie ist halt ganz offensichtlich gerade live dabei. Und ich habe wirklich respektvoll gerade mit dir geredet. Und es zeigt halt einfach, wie unfassbar kritikunfähig du bist. Wir haben ja gerade den Clip gesehen. Chuyoka hat nichts in der Kategorie zu suchen. Nichts. Auch rein gar nichts. Und dass sie dort drin ist, zeigt einfach, wie linksversifft auch mittlerweile hier diese ganze Szene ist, Digga. Ist widerlich. Es kackt einfach nur noch ab. Sollte sich diesen Preis, hätte sie den gewonnen, hätte sie sich auf die Stirn kleben sollen, damit durch die Stadt laufen sollen, hätte ich geklatscht, Digga. Das ist so widerlich. Okay, man kann natürlich über den aggressiven Ton, den ich da habe, ein bisschen diskutieren. Ich war halt, ja, mich hat es halt einfach gestört, dass ein Preis vergeben worden ist, den ich als nicht gerechtfertigt empfunden habe. Und das war ihr Grund, warum sie mich gebannt hat. Grundnummer 3812 3812. Dann schreibt sie da drunter, Auszug aus dem Stream heute, werde ich dann privat geklatscht oder wie ist der Plan? Dann habe ich mir so gedacht, hey, wie, was, wo? Wie, was für privat geklatscht? Dann sehen wir hier, ne? Und da drunter hat sie dann das Bild gepostet. Dann lass uns doch mal privat reden und uns die Hände reichen. Also sie interpretiert, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, sie interpretiert aus, bind dir den Preis auf den Kopf und lauf durch die Stadt und ich klatsche, interpretiert sie vor ihrer großen Zuschauerschaft, die sie ja auch hat, dass ich sie schlagen möchte. Und dann, nachdem sie das gepostet hat, postet sie das hier. Damit ich das einmal verstehe, soll ich mich auf Knien dafür entschuldigen, dass du mich klatschen willst? Oder wie genau soll das dann aussehen? Liebe Shoyoka, nur mal ganz kurz. Also du führst da ja ein eigenständiges Gespräch, weil du stellst mir ja die Frage hier. Also du stellst mir die Frage. Damit ich das einmal verstehe, soll ich mich auf Knien dafür entschuldigen, dass du mich klatschen willst? Also du sprichst mich ja sogar per Du an. Ich bin schon 35, liebe Shoyoka. Eigentlich solltest du mich siezen, aber gut, das ist was anderes. Aber ich kann ja gar nicht auf deine Tweets antworten. Du hast mich ja blockiert. Und ich kann dir auch nicht im Livestream antworten, da hast du mich auch blockiert. Also wieso stellst du mir eine Frage, auf die du gar keine Antwort bekommen kannst? Das macht irgendwie gar nicht so viel Sinn. Ganz im Gegenteil. Du blockierst sogar jetzt gerade noch den Gönnergy Account, weil ich mir deine Tweets angucken möchte. Also liebe Shoyoka, wie weit weg ist denn bitte deine Aussage, dass du mich vor drei Jahren gesperrt hast, weil ich Frauen in Malta hinterhergegrunzt habe, dass du mich dafür blockiert hast? Jetzt argumentiere ich sachlich, normal, ohne Beleidigung, ohne Aggression, ohne dich in irgendeiner Art und Weise bloßzustellen oder zu beleidigen oder auf deine Gesundheit zu gehen oder whatever. Ich rechtfertige, das musst du dir vorstellen, Shoyoka, bitte hör einmal ganz kurz zu. Ich weiß ja, du bist am Start. Ich rechtfertige mich in meinem Stream dafür, dass du vor deinen 70.000 Followern mich darstellen möchtest, als wenn ich dich schlagen möchte. Und das Einzige, was du dem beizutragen hast, ist, mich live im Stream zu blockieren und mir so gesehen das Recht nimmst, mir deine Tweets anzugucken, wo du mich darstellst, als wenn ich dich schlagen möchte. Aber ist es nicht genau das, was du kritisierst, KuchenTV gegenüber, dass er dich vor seiner so großen Zuschauerschaft bloßstellt? Auch wenn deine Zuschauerschaft ein wenig geringer ist, das Gleiche machst du auch. Und du gibst mir überhaupt gar keine Möglichkeit, das klarzustellen, außer hier in meinem Stream darüber zu reden. Und ich muss mir sogar vorher die Sachen aufnehmen, weil du mich live im Stream blockierst. Ich weiß nicht, Shuyoka, ob das das richtige Erwachseneverhalten ist. Das, was du von allen immer verlangst. Und die Aufnahme, die ich hier getätigt habe, liebe Shuyoka, ist eine Aufnahme, die zu meinem Anwalt gegangen ist. Ob ich dagegen rechtlich vorgehe oder nicht, das weiß ich noch nicht, weil eigentlich möchte ich nicht auf Personen eintreten, sinnbildlich, nein, nicht als Gewaltandrohung, die schon am Boden sind. Aber all das, was du gerade hier machst, lässt mich davon ausgehen, dass du nicht mal zulassen möchtest, dass ich mich zu den Tweets, die du über mich machst, dass ich mich dazu äußere, indem du mich live im Stream gerade blockiert hast. Damit ich das einmal verstehe, soll ich mich auf Knien dafür entschuldigen, dass du mich klatschen willst oder wie genau soll das denn aussehen? Also eine Frage, die sie mir stellt, auf die ich dir gleich eine Antwort gebe. Und dieses Video hat sie dann da angehangen. Ja, jetzt zum Weihnachts-CPM, das nehme ich immer mit. Videos um Shuyoka klicken sich immer bombastisch und da danke dir für den Free-Content auf jeden Fall. Ich würde noch, liebe Shuyoka, auch noch eine Entschuldigung annehmen von dir. Wenn du im Stream sagst, Monta Abi, Entschuldigung, auf die Knie, äh, äh, nein, dann dich hinsetzt. Also wenn man da nicht realisiert, dass das offensichtlich ein Joke ist, liebe Shuyoka, dann haben wir vielleicht unterschiedlichen Humor. Also es war Humor. Du sollst natürlich nicht vor mir auf die Knie gehen. Warum solltest du auch? Wie du auch auf Twitter gepostet hast, du gehst vor niemanden, vor keinem Mann auf die Knie. Was No-Joke-Cap ist, aber gut, jedem das seine. Und, äh, sagst, Entschuldigung nochmal, so mäßig. Und dann würde ich eventuell dich und Freiraum Reh auch einladen zu meinem Weihnachtsevent. Hier, äh, also, äh, du kannst ja vielleicht auch nochmal bei deinem eigenen Tweet reinzoomen. Ich lache da sogar noch offensichtlich. Und, äh, liebe Shuyoka, das Verhalten, was du allen vorwirfst, nämlich Falschaussagen im Internet zu behaupten. Also wie möchtest du, liebe Shuyoka, und das ist die Frage, die ich dir stelle, wie möchtest du denn bitte verargumentieren, in dieser Situation mir zu unterstellen, dass ich in irgendeiner Art und Weise dir Gewalt angedroht hätte? Selbst ein Taubstummer könnte aus meinen Aussagen raushören, dass ich mit Klatschen Applaus gemeint habe. Du kannst mir vieles unterstellen, ist gar kein Problem so. All good. Ich habe viele Fehler gemacht, all good. Weiß ich. Aber das ist doch ein Quatschargument. Das ist wirklich unfassbar. Das ist wirklich Kindergarten. Und Shuyoka, ich bin wirklich in deinen Stream gekommen. Ich bin wirklich in deinen Stream gekommen und habe dich gefragt, ob man ein privates Gespräch suchen kann und sich die Hände reichen kann. Also, in welchem Gewaltszenarium sage ich zu meinen Kontrahenten, die haue ich auf die Fresse, wir reichen uns die Hände. Habe ich in der Variante noch nie gehört. Also wirklich noch nie. Aber das ist das, was du mir unterstellst. Und nach all dem jetzt gerade, finde ich ein bisschen schwach. Aber das ist halt ein Take, den du gebracht hast auf deinem Twitter-Account, liebe Shuyoka. Das ist ja ein Take, den du auf deinem Twitter-Account gebracht hast vor 70.000 Followern. Also das, was du bei anderen Leuten kritisierst, was sie nicht machen sollen, machst du auch. Das ist schon doppelt moralisch. Also entweder machst du das bewusst, um darüber Aufmerksamkeit zu bekommen, was ich nicht glaube. Denn man sieht dir auch wirklich an. Und das ist einfach eine Tatsache anhand dessen, was ich in deinem Stream gesehen habe und was dir auch selber bestätigt hast. Man sieht dir wirklich an, dass es dir aktuell nicht gut geht. Also lass uns doch da einfach mal vielleicht die Hände reichen und endlich mal hinter dem Thema einen Punkt machen. Oder halt auch nicht. Das wird das erste und das letzte Mal sein, dass ich zu dir etwas gesagt habe, weil du mich dazu gebracht hast, weil du auf deinem Twitter-Account gesagt hast oder getwittert hast, dass ich dich schlagen möchte. Was absoluter Nonsens ist und nicht der Wahrheit entspricht. Was du in deinem Stream erzählst gegenüber einer Alicia Jo oder zu anderen Themen. Und ein KuchenTV macht dann ein Video zu und ich reagiere da drauf. Ich reagiere fast auf jedes Video von Kuchen, was auch nicht verwerflich ist. Egal, ob du diese Person magst oder nicht. Und ja, du hast recht, Joe Yoga. Deine Videos klicken sich besonders gut. Und ich würde einfach mal behaupten, dass es daran liegt, dass du auch besonders viel komische Takes bringst. Und jetzt hast du es geschafft. KuchenTV ist aktuell perma gebannt auf Twitch. Du wirst wahrscheinlich jetzt denken, ich werde jetzt Kuchen in allen Punkten Rücken geben. Und mit Sicherheit werde ich Kuchen in einigen Punkten Rücken geben. Ich habe den Stream nicht geschaut von ihm. Und sollte es so sein, dass er in den Aspekten vielleicht ein wenig übertrieben hat oder in seinem Stream übertrieben hat, die er gegenüber, wenn man Fehler macht, muss man mit der Strafe leben können. Das habe ich nicht zu entscheiden. Ich habe den Stream nicht gesehen, Joe Yoga, bin ich dir ehrlich. Ich konnte mir den Stream von KuchenTV nicht geben, weil sobald Alkohol im Spiel ist, in einem Stream, bin ich eigentlich raus in den meisten Fällen, weil ich einfach mit alkoholisierten Menschen nicht viel anfangen kann. Es steht nicht in meiner Macht und ich beurteile das nicht, wer hier Schuld hat, wer keine Schuld hat. Das muss dann Twitch entscheiden. Aber ich sage es noch ein letztes Mal. Ich habe viel Mist gemacht, Joe Yoga. Das stimmt ja. Und ja, meine Community hat mir viel verziehen. Auf jeden Fall, hundertprozentig. Da bin ich bis heute sehr dankbar drüber. Ich habe viele Dinge gemacht, wo andere Leute vielleicht für gecancelt worden wären oder vielleicht nicht mehr den Schritt zurück in die Internetwelt geschafft hätten. Das stimmt ja. Aber soll ich dir auch sagen, warum ich das geschafft habe, Joe Yoga? Weil ich mir wirklich das zu Herzen genommen habe, zumindest aus meiner Wahrnehmung, was die Leute mir vorgeworfen haben. Und ich habe wirklich an meinen Fehlern gearbeitet. Das macht das nicht besser, was ich früher gemacht habe. Aber ich habe meiner Community bewiesen, dass ich älter werde und erwachsener werde und dass ich eigentlich auch gar keine Lust mehr auf die Kopfschmerzen habe. Und ich weiß nicht, wie alt du bist, Joe Yoga. Das weiß ich wirklich nicht. Und vielleicht kommt das auch noch. Aber du solltest unbedingt, wirklich, liebe Joe Yoga, das kommt wirklich aus dem Herzen. Du solltest unbedingt anfangen, auch selbst zu reflektieren. Und selbst wenn in deinem Kartenhaus, was du dir aufgebaut hast, einige Karten umfallen werden, werden, du musst unbedingt anfangen, selbst zu reflektieren. Denn du hast so viele komische Takes in der Vergangenheit gebracht und hast das Ganze jetzt gerade nochmal live hier im Stream getoppt, indem du mich live blockiert hast, weil du nicht möchtest, dass ich dein Content mir angucken kann. Content, wo du mir unterstellst, ich würde dich klatschen wollen, was so ein L-Take von dir ist. Und anstatt einmal zu jetzt, jetzt das klarzustellen und zu sagen, okay, das habe ich vielleicht falsch interpretiert, blockierst du mich und versuchst, dass ich das nicht klarstellen kann, indem du mich blockierst. Ein Verhalten, was du jedem vorwerfst, Müll über dich zu erzählen. Aber wenn die liebe Joe Yoga das macht, dann ist es okay. Und wenn jeder eigentlich realisiert, dass das ein L-Take von dir ist, dann fängt die Joe Yoga nicht mal an, selbst zu reflektieren und vielleicht auch mal Entschuldigung zu sagen und einen Fehler einzusehen. Und das ist das große Problem bei dir. Du hast mit Sicherheit viele gute Aspekte in der Vergangenheit auch gesagt, aber du hast auch viele Dinge aus meiner Wahrnehmung gesagt, die nicht so in Ordnung sind. Und anstatt auch mal vielleicht Dinge klarzustellen und zurückzurudern und zu sagen, ey, das war vielleicht nicht so in Ordnung, da gibt es einige Dinge auch bei dir, passiert da gar nichts und man gräbt sich gefühlt selber, immer selber sein eigenes Grab tiefer und tiefer. Wenn es das ist, was du machen möchtest, okay, cool, go for it. Und ja, am Ende des Tages, auch wenn Kuchen jetzt gerade gesperrt ist, ich reagiere auch gerne offline darauf, ist mir egal, die Videos, die über dich sind, sind Free-Content am Ende des Tages, da stehe ich auch zu. Und das ist ja auch einer meiner Jobs, auf Content zu reagieren, auf andere Videos zu reagieren. Das kann man mir nicht vorwerfen. Aber am Ende des Tages, ich reiche dir immer noch die Hand und bin immer noch bereit, mich mit dir an einen Tisch zu setzen, auch gerne mit Freiraum-Rehe, und einfach gewisse Unstimmigkeiten vielleicht aus dem Raum zu schaffen. Da müssen wir uns nicht drüber einig werden, was alles in der Vergangenheit passiert ist, das ist viel zu viel Gesprächsbedarf, aber dass man eventuell gemeinschaftlich vielleicht mal eine Friedenspfeife raucht. Das habt ihr eigentlich gar nicht verdient, um ehrlich zu sein, aus meiner Wahrnehmung. Aber eins habe ich gelernt, Liebe im Herzen zu haben, ist immer besser als Hass im Herzen zu haben, oder Wut, oder Unstimmigkeiten. Ja, sie hat einen Twitter-Post gemacht, mal schauen, was hat sie gemacht. Oh, Gottes Willen, Digga, also diese Frau ist so... Okay, das kann man einfach... Ich habe mir wirklich nur den ersten Satz durchgelesen, warte, wir gucken gleich gemeinsam weiter. So, das hat sie getwittert gerade. Ich habe ein Dutzend Accounts, die an dieser monatelangen Hetze beteiligt waren, blockiert. Montel lockt sich während seines Livestreams vor 25.000 Leuten auf den Zweitaccount ein, um die Sperre zu umgehen und weiter über mich zu sprechen. Das ist alles absurd. Oh, Gottes Willen, die Frau ist so verloren anscheinend. Ich kann das auch nicht mehr, Digga. Shoyoka, du hast auf deinem Twitter-Account gepostet mit einer Aussage, wo ich gesagt habe, dass ich klatsche, in die Hände klatsche, hast du das auf deinem Twitter-Account so dargestellt, als wenn ich dich klatschen möchte, schlagen möchte. Und ich versuche vor meiner Zuschauerschaft das klarzustellen, dass ich niemals dich schlagen möchte. Und das stört dich? Das ist alles so absurd? Bro, du lebst in einem Paralleluniversum, ich habe das noch nicht erreicht. Es ist so weit weg an der Realität, liebe Shoyoka. Da kann ich leider dann auch nicht mehr helfen. Ratet, wessen Twitter-Account wieder mit Beleidigung und Hass geflutet wird heute. Ich möchte schreien. Oh Gott. Da sind wir schon zu zweit, Shoyoka. Ich möchte auch schreien. Shoyoka, falls du es nicht am Anfang des Streams gehört hast, ich habe abgeraten und gesagt, dass ich mich davon distanziere, dass Leute eine beleidigende Nachricht schreiben. Okay. Mehr kann ich nicht machen. Nur weil man Trittbettfahrer in seiner Community hat, die beleidigenden Inhalte schreiben, darf ich nie wieder auf kritische Dinge gegen mich reagieren, weil ich immer Gefahr laufen müsste, dass dann Leute beleidigende Kommentare schreiben. Das heißt, alles, was in der Zukunft gegen mich im Negativen gesagt wird oder in irgendeiner Art und Weise Gesprächsbedarf bedeutet, bedeutet für mich, ich darf nie wieder darauf reagieren, live in meinem Stream, weil man könnte dann ja irgendwo auch beleidigt werden. Das ist auch wieder ein L-Take von dir. Und das Einzige, was du hättest machen können, jetzt in der Situation, wäre ein Anfang gewesen, zu sagen, ey, okay, ich mag dich immer noch nicht, aber dass du mich schlagen wolltest, war eine Falschaussage. Es war im Grunde Rufmord oder eine falsche Unterstellung. Und sorry. Also das wäre zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Ich könnte jetzt auch meinen Ansprechpartner bei Twitch mal kurz anschreiben und ihm bei Twitter markieren, ey, Twitch.de-Support, wie kann das sein, dass hier eine Twitch-Partnerin mir unterstellt, ich würde sie schlagen wollen? Mach ich aber nicht, hab andere Hobbys, verstehst du? Und du realisierst dich, dass das so unfassbarer Easy-Content ist, weil wirklich, liebe Shoyoka, ich muss es dir nochmal ganz kurz sagen, egal ob du Shoyoka bist oder in einigen Dingen eine komische Meinung hast vielleicht, würde ich dir Unrecht antun, würde ich dir gegenüber unfair sein, würde ich dir gegenüber hetzend sein oder würde ich dir gegenüber beleidigend sein oder Gewalt androhend. Glaub es mir, ich würde auch von meiner Community dafür geschittet werden. Aber das Gefühl 99% meiner Community oder das Internet auf meiner Seite ist, sollte dich auch mal zum Nachdenken bringen. Klar hast du auch Support. Hey, volle Soli für Shoyoka. Ich sehe ja die Posts, die du retweetet hast. Aber sei mir nicht sauer, diese Leute sind ungefähr so wie die Leute, die denken, wenn sie dich beleidigen, werden sie Fans von mir. Neuer Tweet Discord. Oh, geil. Das Level der Obsession von diesem Männerbündnis ist schwer zu begreifen. Immer diese bösen Männer, Shoyoka, ja. Immer diese bösen Männer. Aber gut, das Ganze könnte sich erübrigen, Shoyoka, indem du einfach das Live-Gespräch mit mir suchst oder das Gespräch privat. Das machst du nicht, denn dein Kartenhaus würde wahrscheinlich zusammenbrechen. Du musst einfach realisieren, liebe Shoyoka. Ich habe in diesem Stream nicht einmal dich beleidigt. Ich habe in diesem Stream nicht einmal ausfallend über dich geredet. Ich habe in diesem Stream mit Respekt geredet mit dir. Auf Augenhöhe, verstehst du. Auf nett, auf menschlich. So, wie es eigentlich sein sollte. Ich habe dir ganz simpel erklärt, dass du ganz offensichtlich mich als jemand dargestellt hast auf deinem Twitter-Account, der dich schlagen möchte. Was offensichtlich auch eigentlich müsste, dass bei dir im Kopf ankommen, eine falsche Unterstellung deinerseits war. Und das Einzige, was du dem beizutragen hast, sind diese Posts. Hä? Wenn ich dir unterstellen würde in meinem Stream, dass du irgendwas gemacht hättest, wie zum Beispiel mich geschlagen, ist jetzt nur ein Beispiel, oder ähnliches, dann wärst du doch die Erste, die auf ihrem Twitter-Account rumheulen wollte, oh, der behauptet Dinge über mich, die nicht stimmen. Hier, Twitch-Support hier, wie kann das sein? Ist ja immer noch online, der VOD. Wie kann das sein? Sperren hier, sperren da. Wie bietet ihr dir eine Plattform? Das ist doch Kindergarten. Ich meine, das ist übelst Kindergarten. Und eine Sache weiß ich, Shoyoka. Eigentlich kannst du gar nicht so an der Realität vorbeilaufen, beziehungsweise so unnett kannst du eigentlich gar nicht sein, weil ich denke mir immer, du hast doch einen Hund. Du bist doch tierlieb. Und eigentlich denke ich immer, tierliebe Menschen sind auch liebe Menschen. Aber ich habe mich da wohl getäuscht. Und hier, liebe Shoyoka, siehst du dann deine Leute, die dich supporten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Doni schreibt, er äußert sich doch gerade dazu vor über 20.000 Leuten, oder? Du kannst aber niemanden dazu zwingen, mit der persönlich zu reden, der nicht will. Crowe schreibt, das macht doch aber keinen Sinn, Junge. Sie blockt ihn, damit er sich zu der Thematik nicht äußern kann, weil er ihre Tweets nicht sieht. Doni schreibt, ich traue Monte zu, sich einen weiteren X-Account anzulegen, um ihre Tweets zu lesen. Wenn er so scharf darauf ist. Sie hat maybe auch einfach keine Lust, von ihm zugetextet zu werden. Lieber Doni, also ich weiß nicht auch, in welcher Realität du lebst, aber Shoyoka hat sowieso ausgestellt, dass man überhaupt auf ihre Twitter-Posts antworten kann. Und lieber Doni, nur nochmal auch für dich, damit du das eventuell nochmal nachvollziehen kannst, deine Shoyoka, die du da gerade versuchst zu verteidigen oder zu verstehen, hat auf ihrem Twitter-Account einen Post über mich gemacht. Richtig? Über mich. Wo sie gesagt hat, dass ich sie schlagen möchte. Weil ich gesagt habe, ich würde klatschen in die Hände. Dann läufst du durch die Stadt und ich klatsche. Und ich glaube, selbst da, Doni, wirst du ja realisieren, dass das aufs Händeklatschen bezogen war. Also wie kannst du von mir verlangen, Doni, mir nicht noch einen Account zu machen, in dem ich mir dann die Tweets von der Shoyoka anschaue, in dem sie Rufmord gegen mich betreibt. Im Grunde. Also in welcher Realität, lieber Doni, lebst du denn da gerade? Ist doch mein gutes Recht, ihre Tweets zu lesen, wo sie über mich solche Dinge behauptet. So, dann haben wir hier noch einen Tweet von dem Doni. Hashtag Monte. Möchte ihr ja angeblich die Hände reichen, Friedenspfeife rauchen, auch wenn sie es ja eigentlich nicht verdient habe. Er schließt diesen herablassenden Schmutz ab mit dem NS-Long jedem das Seine. Slow Clap. Um Gottes Willen ist diese Bubble verseucht. Um Gottes Willen. Wir sind so verloren, Chat. Wir sind so unfassbar verloren. Wir sind wirklich so unfassbar verloren. Kann mich bitte jemand ganz kurz wecken, weil das kann doch nicht die Realität sein. Also ich muss aus meinem Vokabular jedem das Seine streichen, weil das in irgendeiner Art und Weise mal in der Nazi-Zeit ein Slogan war. Habe ich wieder was dazugelernt. Danke dir, lieber Doni. Deutschland ist so verloren. Deutschland ist wirklich so unfassbar verloren. So unfassbar verloren. Und mit solchen Menschen kannst du halt auch nicht argumentieren. Und ich bin froh, dass solche Leute in der Shojoka-Bubble sind und nicht in meiner Community. Ist das unfassbar schlecht. Ich glaube, wir alle wissen ganz genau, dass wir uns von jeglicher Nazi-Scheiße distanzieren. Aber ich habe zufälligerweise, gerade jetzt, nicht neben mir im Stream eine Liste liegen, wo irgendwelche ver... NS-Sprüche aufgelistet sind, die ich in meinem Vokabular, während ich streame, nicht aussprechen darf, weil, ja, tut mir leid, lieber Doni, dass mir das nicht bewusst war. Die Liste habe ich hier gerade zufällig nicht liegen. Ich bin sprachlos, weil man wirklich das Gefühl hat, dass man in einem anderen Universum lebt, in einer komplett anderen Welt. Also ich habe schon viele Diskrepanzen im Internet gehabt, aber ich habe noch nie das Gefühl gehabt, wirklich in der ganzen Zeit, dass man nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen könnte. Aber hier habe ich wirklich das erste Mal das Gefühl, dass man wirklich, wirklich nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt und da auch gar nicht von der Gegenpartei gewünscht ist, dass man das Thema irgendwo nicht beiseite legt, aber dass man wirklich mit einem Privatgespräch die Diskrepanzen irgendwo aus dem Internet schafft. Und das hat man ja jetzt auch mehrfach versucht. Schon mal überlegt, dass die von Fittner profitiert? Also ich kann dir eine Sache sagen, lieber Rusty, und das ist auch der Grund, sage ich dir ganz ehrlich, warum ich diesen Schritt auf Schuhjürger zugemacht habe und ihr in den Chat geschrieben habt, ob man sich eventuell die Hände reichen sollte und ein Privatgespräch führt. Und das ist auch nichts, was ich witzig finde. Sonst hätte ich nicht diesen Schritt gemacht. Ich bin selber eine Person des öffentlichen Lebens und ich weiß selber, wie es ist, wenn man Kritik bekommt. Und ich weiß selber, wie es ist, wenn man sein Handy aufmacht und die ganzen Nachrichten gehen nur um ein Thema. Man kriegt Hate, man kriegt beleidigende Kommentare. Ich war selber schon oft in schwierigen Situationen im Internet. Und ich habe es geschafft, aus diesen Situationen rauszukommen, indem ich selbst reflektiert habe, mir meine Fehler eingestanden habe. Und ich stehe mittlerweile seit zehn Jahren in der Öffentlichkeit. Und ich bin halt eine sehr pulsierende Person und habe auf jeden Fall, auf jeden Fall auch viele L-Tags in der Vergangenheit gemacht, wofür ich mich bei meiner Community entschuldigt habe. Und das auch aufrichtig. Aber in der Position, wo Schuhjürger gerade ist, das wünsche ich nicht mal meinem schlimmsten Feind. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, mental, psychisch, depressionsmäßig knallt das bei ihr gut rein. Möchte ich das für sie? Auf gar keinen Fall, Digga. Weil sie ist immer noch ein Mensch. Sie hat Dinge gemacht, die ich im Internet nicht feiere. Aber sie ist immer noch ein Mensch, die Gefühle hat, die einen Kopf hat, die viel nachdenkt. Und an einigen Punkten tat sie mir einfach leid. Ich stehe hinter vielen Dingen, die sie im Internet sagt, nicht. Und finde das auch nicht in Ordnung. Aber ich habe das Gefühl, dass man an einem Punkt eigentlich angekommen ist, wo man eventuell einfach sich die Hand reicht und in Anführungszeichen sich die Hände reicht. Aber ihre Aktionen darauf sind, dass sie immer weitermacht, immer komische Takes bringt, wie zum Beispiel jetzt vor zwei Tagen, dass ich sie angeblich schlagen möchte, wo wir alle wissen, dass es eine Falschaussage ist und Rufmord. Und das Einzige, was sie dem beizutragen hat, ist, weiterzutweeten und sich nicht den Fehler einzugestehen, dass man vor seiner Follower-Schaft von 70.000 Leuten Onkel Monte als jemanden darstellen möchte, der sie schlagen möchte. Und das ist doch genau das, was sie von uns allen erwartet, dass wir sie nicht blamen vor einer großen Öffentlichkeit oder nicht über sie reden vor einer großen Öffentlichkeit. Woher weißt du denn, Shuyoka, nachdem du mich als Frauenschläger oder mutmaßlichen Frauenschläger vor deiner Community bloßgestellt hast? Woher willst du denn nicht wissen, dass Leute mich daraufgehend auch als vielleicht haben oder als W***er oder noch schlimmer? Du machst doch genau das Gleiche mit diesen Twitter-Posts. Beschwerst dich aber, dass ich die Thematik bei mir im Stream aufarbeite. Ja, tut mir leid, dass ich eine größere Zuschauerschaft habe. Was soll ich machen? Ich suche mir meine Zuschauerzahlen nicht aus. Ich hätte über die Thematik heute geredet, hätte ich 10.000 Zuschauer gehabt. Ich rede über die Thematik auch, wenn ich 30.000 Zuschauer habe. Weil das ein offensiver Vorwurf mir gegenüber ist. Und du machst das vor 70.000 Followern, hä? Das ist so unfassbar. Und das aus meinem Mund zu hören, das ist so unfassbar, die Doppelmoral. Da fasse ich mir einfach an die Sternen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass für dich, liebe Shoyoka, der beste Weg ist, indem man sich die Hände reicht und Frieden schließt. Aber ich werde mir nicht von dir solche Dinge im Internet sagen lassen. Und solltest du irgendwelche komischen Sachen im Internet weiterhin sagen, die für gefühlt 95% der Leute, die es sehen, auf jeden Fall etwas ist, womit sie nicht einverstanden sind, dann werde ich auch weiter mir die Dinge angucken, weil das etwas ist, was mich auch interessiert. Also auch mal vielleicht ein wenig selbst reflektieren, liebe Shoyoka. Und das wäre in dem Fall wirklich auch mal der erste Schritt, wo man sehen würde, dass es wirklich soweit bei dir ist, indem man sich dafür entschuldigt, mir zu unterstellen, ich hätte dir angedroht, dich zu schlagen zu wollen. Und das weißt du, Shoyoka, das weißt du, dass das eine Lüge ist. Und dass das ein schwaches Argument ist deinerseits. Und nur weil irgendwelche Leute aus deiner Community dazustimmen, weißt du selber, dass das eine Lüge ist, die du getätigt hast. Und da ist es an der Zeit, sich für zu entschuldigen, aus meiner Wahrnehmung. Aber mach, was du möchtest. Beschwer dich dann aber nicht am Ende des Tages, wenn jeder über dich redet und du dich deine Ruhe hast. Mit solchen Tweets kriegst du keine Ruhe. Sorry. Und ich war in diesem Stream, liebe Shoyoka, respektvoll, ohne Beleidigung und sage es auch nochmal, niemand von euch hat das Recht, Shoyoka zu beleidigen, ihr schlimme Nachrichten zu schreiben oder ähnliches. Das Einzige, was ich euch zugestehe und was ihr machen dürft, ist, aus meiner Wahrnehmung, ihr dürft Menschen kritisieren, solange diese Kritik keine Beleidigung oder ähnliches beinhaltet. Kritisieren darf jeder jeden, gerade in der Öffentlichkeit. Und es wird nichts daran ändern, liebe Shoyoka, dass du denkst, Kritik prallt bei dir ab, wenn du mich blockierst. Denn du wirst natürlich, Shoyoka, Kritik bekommen, wenn du den größten Streamer, den größten Influencer in Deutschland gefühlt, unterstellst, er würde dich schlagen wollen. Weil er gesagt hat, bin dir das Ding um den Kopf, lauf damit durch die Stadt und ich klatsche. Also wenn du solche komischen Takes bringst, dann musst du dich wundern, wenn du Kritik dafür bekommst. Sie hofft natürlich auch die ganze Zeit drauf, sie schaut ja auch meinen Stream, sie hofft natürlich auch die ganze Zeit drauf, dass ich irgendwas sage, wofür sie mich auch sperren lassen kann auf Twitch. Aber liebe Shoyoka, ich trinke kein Alkohol, schon seit elf Jahren jetzt und all das, was meinen Mund verlässt, ist wohl überdacht. Und auch erwachsen. Muss ich dich enttäuschen. Und jetzt, liebe Shoyoka, das nimmst du dir schon seit zwei Tagen vor, jetzt kannst du dich gerne auch aufs Sofa setzen und deinen Herr-der-Ringe-Marathon machen. Denn ich habe fertig. Wieso klagst du nicht einfach? Das möchte ich nochmal einmal ganz kurz abschließend sagen. Ich halte mir die Option offen, gegen Shoyoka gerichtlich vorzugehen oder anwaltlich gegen vorzugehen. Aber andererseits habe ich da natürlich eine Frau, die komische Dinge über mich im Internet verbreiten möchte, mit denen ich in keinster Art und Weise in Verbindung stehe oder nie gesagt habe und mich natürlich auch von distanziere, egal wer das macht, nämlich, dass ich sie schlagen wollen würde. Andererseits habe ich da eine Frau, die im Internet sitzt irgendwie und erzählt, dass sie finanziell am Arsch ist, kein Geld mehr hat, keine Placements mehr bekommt und ja, schon mit dem Leben zu kämpfen hat. Und am Ende des Tages bin ich auch nur ein Mensch, sage ich euch ganz offen und ehrlich. und natürlich fuckt mich das ab, was sie da macht, aber mein Gewissen ist rein und bevor ich ihr jetzt den nächsten finanziellen Stoß gebe, hoffe ich am Ende des Tages, dass sie vielleicht auch mal endlich ein bisschen selbst reflektiert und wenn, selbst wenn es nur eine private Entschuldigung ist und ich sage, ich sage euch auch ganz offen und ehrlich, lieber Leis im Chat, sage ich auch ganz offen und ehrlich, mein Anwalt hat Besseres zu tun, als eine arme Kirchenmaus noch ärmer zu machen. Der hat genug andere Dinge zu tun. Warum soll ich mich an jemanden, der schon am Boden ist, noch begötzen und irgendwie noch weiter drauf reintreten? Das liegt mir irgendwie fern. Vielleicht, also ich halte mir die Option offen, wenn da jetzt noch weitere L-Tags kommen mit der Behauptung, ich hätte sie schlagen wollen, dann reicht es mir auch irgendwann mal, aber so, wir wissen alle, dass es offensichtlich Quatsch von ihr ist. Jetzt gerade, wo ich merke, dass meine Pommes kalt sind, habe ich doch Bock, sie anzuzeigen, Mann. Die sind nämlich wegen dir kalt. Nein, das war natürlich ein Spaß. Schoyoka, das war Humor, ne? Nicht wieder ein Tweet machen, das war Humor. Okay, ich habe gelacht, war offensichtlich ein Joke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017